Glück auf, meine Kumpel und Malocha, herzlich willkommen zu eurem Lieblings-S04-Podcast, Königsblau im Ohr und wie immer mit dabei, Luca, wie geht's dir, mein Vester? Mir geht's super, Cedric. Wir nehmen ja jetzt an dem Tag auf, wo leider die Favoriten dann in der EM doch noch ein bisschen das Spiel gedreht haben, aber ansonsten, abgesehen davon, geht's mir sehr, sehr gut. Ich hab heute nach langer Zeit mal wieder ein Schwimmbad aufgesucht und bin endlich mal wieder geschwommen. Für die Leute, die es nicht wissen, ich war früher mal Profischwimmbad, kann man fast schon sagen, also halt zumindest auf Profi-Ebene trainiert. Michael Phelps. Schön wär's, ja. Nee, aber hab damals auch am Wettkämpfen uns so teilgenommen, jetzt so ein bisschen aus den Augen verloren, damals im Abiturstress und jetzt endlich mal wieder geschwommen und hab mir jetzt auch vorgenommen, das mal wieder ein bisschen mehr durchzuziehen und ja, war sehr schön, endlich mal wieder so einen sportlichen Ausgleich zu haben und ja, deswegen, mir geht's super. Wie geht's dir? Auch gut, also England auf jeden Fall, geb ich dir, also da hätt ich mich sehr, sehr über den Sieg der Slowaken gefreut. Ich fand die Georgia auch richtig geil im Turnier und ich glaub, für Deutschland ist das auch jetzt echt ein schwieriges Los mit Spanien. Ähm, aber irgendwie Spanien so mit Laminia mal, find ich auch und der ganzen Mannschaft find ich auch richtig spannend, also das ist eigentlich ein geiles Spiel, worauf wir uns als Fußballfan auch freuen können. Ähm, ansonsten, ja, auch eine gute Woche gehabt, schönes Wetter, ähm, jetzt solltest du wieder ein bisschen kühler werden bei uns, aber ich hoffe, der Sommer bleibt so ein bisschen erhalten und äh, ja, lass uns mal kurz auch über Deutschland sprechen, da war ja auch was los, ne? Also hast du das Spiel komplett gesehen? Bestimmt, ne? Ja, ja, wenn Deutschland spielt, muss man sich's dann doch schon angucken, auch wenn ich natürlich als Kroat ein bisschen gebrochen war von dem Spiel, was, äh, da dann am Ende noch 2-2 ausgegangen ist, wodurch Kroatien dann ja leider rausgeflogen ist, ähm, aber die Deutschland-Spiele guck ich dann trotzdem. Ich bin, glaub ich, nicht ganz so in der EM-Stimmung, wie es einige andere sind, es gibt ja wirklich sehr, sehr viele, die jedes Spiel gucken, ähm, aber immer mal wieder, wenn ich dann mal, ähm, Zeit dafür hab, dann schau ich schon gerne mal rein und vor allem die Deutschland-Spiele muss man natürlich gucken, ist klar. Also ich sag mal so, jetzt, äh, wo die Endrunde ist, guck ich jetzt quasi alle Spiele, manchmal, wenn's jetzt so, sag ich mal, England, äh, Slowakei ist, dann guck ich's dann nicht über 90 Minuten, aber so, ähm, ich lass es immer nebenbei laufen, so, und dann, wenn's halt dann heiß wird oder so, dann bleibt man dann dran. Jetzt zum Beispiel dann natürlich die Schlussphase war dann so richtig spannend, auch Wahnsinns-Treffer da vom, vom Bellingham und, äh, ja klar, dann hat man natürlich auch die, äh, Verlängerung natürlich verfolgt und, äh, war da total heiß. Ja, und Deutschland hab ich natürlich auch komplett gesehen, äh, richtig krass, ne, also, äh, da hab ich, haben, haben viele auf Twitter geschrieben, oder auf Ex mittlerweile so, äh, das wär auch Schalke nicht passiert, ne, mit dem, mit dem Regen, mit dem Dach aus der Zufang. Das hab ich auch gesehen. Also, das war echt einmalig, ne, das Spiel fast ausgefallen, so wegen dem Regen, und da war auf jeden Fall was los, aber, äh, Thema ist ja nicht Europameisterschaft, sondern unser Lieblingsverein Schalke, da ging's ja jetzt auch in den Trainingsstart, wir haben neun Spieler bekommen, da haben viele reingeschrieben in der letzten Folge, die ist ein paar Stunden vor der Bekanntgabe von Siela, äh, äh, hoch, hochgeladen worden, ähm, deswegen konnten wir den nicht mehr drin haben, aber lass mal mit dem Trainingsstart vielleicht rein, äh, rein starten. Es gab's ja, äh, die ersten Tests bereits am Wochenende, ähm, dann gab's das erste Training, was ja auch auf YouTube hochgeladen worden ist, und dann auch ein erstes öffentliches Training. Wie waren so deine Eindrücke vom Training? Also, ich bin ehrlich, ich hab mir die kompletten anderthalb Stunden nicht angeguckt, ich hab mir sehr, sehr gern dieses, ähm, also Schalke macht ja mittlerweile immer wieder diese Videos, wo die dann für 10, 15 Minuten so ein bisschen mehr Einblicke geben, ähm, das hab ich mir sehr, sehr gern angeguckt, das war echt ein sehr cooles Video, wo man nochmal ein bisschen mehr, ähm, dann auch gesehen hat, wie die Spieler da angekommen sind, und, ähm, solche Blicke hinter die Kulissen finde ich halt immer ein bisschen interessanter, weil, man muss ganz ehrlich sagen, das war halt ein Trainings, ähm, ein Trainingsstream, wo natürlich jetzt keine große Taktik irgendwie einstudiert wird, und vor allem am ersten Trainingstag natürlich nicht, und, äh, dementsprechend war das einfach eher so ein bisschen reinkommen, vielleicht schon mal hier und da die ersten Spieler sehen, ähm, aber, ähm, ja, ich hab mir tatsächlich die ersten 30 Minuten, glaub ich, noch angeguckt von dem, von dem, äh, Trainingsauftakt, wo dann auch noch Tillmann im Interview war, und, äh, dann gab's, glaub ich, bei mir Essen, und dann hab ich danach nicht mehr weitergeguckt, weil's dann irgendwie sich nicht mehr ergeben hat, ähm, ja, ist, ist, ist ganz cool, kann man immer auch in dem Ball gerne mal gucken, den Trainingsauftakt, aber wenn man irgendwie keine Zeit dafür findet, dann, äh, bleibt's meistens doch dabei, dass ich dann, wenn ich einmal angefangen hab und dann unterbrochen werde, nicht nochmal weitergucke. Ja, also, das war ja auch irgendwie, dass dann, äh, irgendwann, also am Anfang gab's diese Interviews, und irgendwann gab's dann gar keinen Kommentar mehr, da gab's nur noch das, äh, ganze Training, ähm, bei den, bei den Interviews hab ich auch sehr, sehr interessiert dann zugehört, und dann später, wo nur noch das Training gezeigt worden ist, dann hab ich's einfach hinten, auch nebenbei einfach laufen lassen, und immer mal wieder drauf geguckt, ähm, aber es ist sehr, sehr schwierig, da auch so viel mitzubekommen, wenn du, wenn die Kamera immer auf bestimmte Stellen, ähm, nur zeigt und so, und, äh, das ist ja auch nicht wie ein richtiges Fußballspiel, wo ein richtig, äh, richtig viele Kameras irgendwie da vorhanden sind, sondern da ist halt einer, der dann das ein bisschen filmt, und, äh, ja, aber ich fand die Stimmung so an sich, fand ich sehr, sehr positiv, ich fand auch, ähm, das Trainerteam, wie das jetzt aufgestellt ist, fand ich, äh, hat sehr, sehr gut mit den Spielern kommuniziert, ähm, ich fand auch der, äh, äh, Karel Gerrads hat den, äh, Spielern teilweise auch mal so pausiert, und hat denen auch Sachen so, wirklich so erklärt, wie man die Pässe besser spielen kann, hat er sich so den einen oder anderen mal zur Brust genommen, und das fand ich auch sehr, 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 sehr gut. Da gab's ja, glaub ich, auch sogar nochmal ein, äh, Clip auf Twitter, wo, ähm, dann bei Yin, die er nach einem Pass, den er so ein bisschen schludrig gespielt hat, dann direkt Karel Gerrads dazwischen gegangen ist, und da das dann eben nochmal angesprochen hat, also, finde ich auch, wo du es gerade ansprichst, sehr, sehr gut, dass, ähm, Gerrads da eben so kommunikativ ist und sowas direkt anspricht, weil, wenn du das nicht jedes Mal ansprechen würdest, wenn sowas passiert, dann bleiben solche Fehler halt einfach in deinem Spiel drin, und das kann halt einfach dafür sorgen, dass du extrem viel Tempo rausnimmst aus einer Situation, wo du das Tempo vielleicht gut gebrauchen könntest. Ja, und ich war, ich war jetzt vor einer, vor einer langen Zeit bei einem Schalke-Training, ähm, da kann ich mich noch erinnern, da war noch Kramer-Trainer, ähm, ja, und ich, ich war so beim Training, und die haben gar nicht miteinander gesprochen, so, also der Kramer, der, der, der stand nur rum, denn der Büskens hat so die Sachen aufgebaut vom Training, und keiner hat mit den Spielern kommuniziert, das fand ich so richtig erschreckend, hier übrigens, ich weiß nicht, ob sie es hört, im Hintergrund, die Spanier sind gerade außer Rand und Band, nehmen hier gerade den Podcast nach der, nach dem Spanien-Spiel auf, äh, die sind jetzt hier am feiern, ähm, ähm, ja, und das war eine andere Körpersprache von den Trainern, viel, viel mehr mit den, mit den, äh, Spielern da involviert, die sprechen viel mehr mit den Spielern, auch in Sydney, Sam hat sich den, äh, lass mir so zur Brust genommen, hat viel auf den eingeredet, ähm, viele Sachen erklärt, das finde ich richtig, richtig gut, und ich hoffe, dass das auch so bleibt, ich hoffe, auch, dass der Teamgeist so, so bleibt, und sich jetzt so zusammenfindet, dass da diese Kommunikation auch im Team so, äh, auch, ähm, ja, umgesetzt wird, ich fand die Stimmung generell gut, ich fand aber, viele Spieler waren so ein bisschen noch schüchtern, fand ich, gerade von den Neuen, da war das, glaube ich, auch ein bisschen normal, oder? Vor allem jetzt, wo so ein komplett neues Team zusammengestellt wurde, das ist, glaube ich, wirklich normal, dass dann erst mal so ein, wie gerade schon angesprochen, so ein leichtes Abtasten ist, ähm, erst mal so ein bisschen reinzufinden, ähm, du musst natürlich auch erst mal so ein bisschen, äh, schauen, wem kannst du da jetzt am ehesten, äh, mal so ein Gespräch anfangen, um dich einfach selbst zu integrieren, und, ähm, dafür ist so ein erstes Training natürlich auch wichtig, und eben nicht nur dafür jetzt, dass Gerhard schon mal die ersten Stärken sieht, weil das wird ja über die nächsten Trainings so oder so, ähm, sondern, glaube ich, viel mehr für die Spieler erst mal reinzufinden. Ja, ich hab zum Beispiel, Matriciani ist da so voll aufgeblüht irgendwie, der, der hat da richtig viel mit den, mit den Mitspielern geredet, man hat auch so gemerkt, die Spieler, die schon da waren, so ein Kaminski, Polter, Mohr, Matriciani, die haben alle so untereinander gesprochen, die anderen, die waren noch so ein bisschen so eher schüchtern, aber ich glaube, das kommt dann, ne, die waren jetzt die ersten Tage, haben sich wahrscheinlich kennengelernt, müssen vielleicht noch die Namen von den ganzen, äh, Mitspielern erst mal kennenlernen und so und auswendig lernen und irgendwann Woche zwei, drei, vier, dann sitzt das und dann, glaube ich, fängt dann richtig an, dass das Team auch anfängt, sich zusammenzuschweißen und spätestens dann beim Trainingslager ist immer so eine gute Zeit, wo man so eng auf der Pelle rückt, wo man dann auch so vom Teambuilding her den nächsten Step machen kann. Und da muss ich sagen, finde ich richtig gut, dass wir schon so viele Spieler jetzt beisammen hatten, weil, äh, der, der, der Sieler, der wird jetzt auch verpflichtet, der wird auch zum Trainingslager, äh, kommen, wir können gleich noch über den Spieler sprechen. Ansonsten, ähm, Sanchez, da sprechen wir auch gleich drüber, der ist scheinbar fast fix, der soll wahrscheinlich heute, ne, wir nehmen es ab Sonntag auf, auch für euch ist heute Montag, der soll am Montag wahrscheinlich präsentiert werden, so könnte gut sein, ähm, und, ja, auch der, der Rest, ne, sehr, sehr viele Spieler gekommen, ich glaube, mittlerweile braucht man eigentlich nur noch einen Stürmer und, ähm, das ist schon, schon bemerkenswert so, ich glaube, vielleicht holen die noch ein paar Laien so zum Ende hin, je nachdem, ob die auch die Spieler noch verkauft bekommen, aber da sind wir schon sehr, sehr weit, oder? Ja, also ich finde auch, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt, hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell, ähm, so weit sein kann, weil wir wirklich alle mit einem sehr, sehr großen Umbruch gerechnet haben und ihn auch Stand jetzt schon ziemlich weit bekommen haben und du bist jetzt in der Situation, wie du gerade gesagt hast, du brauchst auf jeden Fall noch einen Stürmer, ähm, vor allem, falls du Paul dann noch abgeben wolltest, ähm, aber auch ansonsten, finde ich, brauchst du da nochmal ein anderes Element vorne, ähm, aber abgesehen davon bist du in der Situation, wo du eigentlich nur darauf reagieren musst, wenn jetzt noch jemand geht, heißt Beispiel, zum Beispiel, ähm, würden wir jetzt für einen Spieler wie ein Aydin jetzt zum Beispiel noch ein Angebot kriegen, wir kriegen, weiß ich nicht, eine Million für ihn, obwohl er nur noch ein Jahr Restvertrag hat und er möchte nicht bleiben, ähm, dann verkaufst du ihn zum Beispiel und holst dann halt einfach einen Ersatz, auch zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, per Laie aus der Bundesliga dann einfach nochmal gegen Ende oder, ähm, genauso gibt es ja auch noch andere Spieler, bei denen sich immer wieder die Gerüchte halten, dass sie vielleicht nicht bleiben könnten, wie eben in Karamann, wie auch in Möken, wo es immer mal wieder sein könnte, dass man vielleicht noch ein Angebot bekommt und, äh, da müsstest du dann natürlich reagieren, aber abgesehen davon bin ich bei dir, brauchst du eigentlich wirklich nur noch einen Stürmer oder vielleicht noch hier und da könntest du eine kleine Sache machen, musst du aber eigentlich nicht mehr, also du bist wirklich in einer sehr, sehr guten Ausgangslage und das hätte ich nicht gedacht, dass wir das so schnell hinbekommen. Ja, Wahnsinn und, ähm, das ist sehr, sehr wichtig, weil, kannst du dich noch erinnern, in der ersten Aufstiegssaison, wo noch Armin Harit und alle im Trainingslager mit dabei waren und Nastasic und was weiß ich nicht alles und, äh, genau und jetzt hat man quasi da die, 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 die Spieler, klar, man hat noch Leute, die man aussortieren will, ich hoffe auch, dass die nicht mit ins Trainingslager reisen, ich hoffe, dass die, dass die dann zu Hause bleiben und so nach Angeboten sich, sich umgucken und individuell trainieren, weil da hast du wirklich einen guten Kader, der da mit ins Trainingslager geht, wo vielleicht noch zwei, drei Positionen sich verändern, aber es ist halt, das wird halt bei allen Mannschaften noch so der Fall sein, ne, dass da mehrere Leute gehen und wir haben echt eine gute Arbeit gemacht in dieser ersten Transferphase, kann man ja immer so unterteilen, so am Anfang ablösefreie Spieler, äh, Spieler, die, äh, Ausstiegshause haben oder, ähm, ja, so die ersten Transfers werden da getätigt und dann später kommen dann noch die Spieler, die unzufrieden sind im eigenen Verein, gerade so in der Bundesliga, wo du dann nochmal eine Laie dir schnappen kannst beispielsweise, die werden dann, äh, später interessant und das sind dann wirklich nur noch so die Rosinen, die du dir dann rauspicken kannst, wo du schon einen guten Kader da, äh, stehen hast, ja, finde ich auch richtig, richtig gut. Ne, dann lass uns mal über die Neuzugänge sprechen, also einer ist fix und der andere sieht schon sehr, sehr danach aus, gerade was so die südamerikanischen Quellen schreiben, also der erste ist Sila, der, der ist gekommen, äh, Anfang letzter Woche und, äh, da haben sich viele gewundert, wie viel Geld da überhaupt bezahlt worden ist, nämlich 2 Millionen, 2,5 Millionen an den, äh, FC Pau, schon viel Geld, ne? Ja, hätte, glaube ich, keiner damit gerechnet, dass wir überhaupt so viel Geld zur Verfügung haben als Gesamtbudget und am Ende gibt es dann für einen Spieler aus, ähm, gibt's, wenn wir gleich zum anderen Gerücht kommen, da würdest du ja auch schon wieder eine relativ hohe Summe ausgeben, also hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass wir so viel Geld dann doch zur Verfügung zu haben scheinen, aber finde ich sehr, sehr gut, wenn man von dem Spieler wirklich überzeugt ist und ich vertraue da beim Manga, ähm, dass du dann da wirklich sagst, okay, für diese Art von Spieler, die Qualität, die er uns hoffentlich geben wird, können wir dieses Geld ausgeben, finde ich deutlich sinnvoller, als wenn wir jetzt für jeden Spieler, der vielleicht reinpassen könnte, ähm, immer mal wieder so 500.000 ausgeben, weil das hat man gemerkt, es kann auch einfach mal ganz doll nach hinten losgehen, äh, wenn du da dann einfach immer nur zweite Wahl kaufst, dann mach lieber so, dass du wirklich schaust, okay, wen können wir wirklich ablösefrei holen und dann gibst du das Geld eher für die absoluten Wunschspieler aus und hast dann da wirklich Qualitätsspieler, die sich gleichzeitig auch noch entwickeln können, die dich einfach voranbringen im Verein, im Kader und dann auch langfristig natürlich, ähm, höhere Ablösesummen generieren können als Spieler, die eher so B-Optionen für dich waren. Ja, und der Spieler, äh, hat, müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, ähm, ist, äh, das letzte Mal so eine hohe Ablösesumme oder mehr bezahlt worden, 19, 20, da sind so Spieler wie Rahman oder Kabak zu Schalke gewechselt, hat schon, schon, äh, seit vier Jahren kein Spieler, der, der teurer gewesen ist als, äh, Siela. Ja, und der Spieler, der, der scheint was drauf zu haben, der wurde damals in Monaco, wollte er als, ähm, Mbappé-Ersatz, äh, oder als Nachfolger bestimmt, ähm, der soll sehr, sehr schnell sein auf den ersten Meter, sehr trickreich, gut im 1 zu 1, hat in der letzten Saison 15 Treffer gemacht, sieben Vorlagen, das ist schon eine krasse Quote, bei einer Mannschaft, die jetzt auch nicht in der Ligue 2, ähm, zu den, zu den Stärksten gehört, äh, da hat er, äh, schon eine richtig starke Runde gespielt, ähm, er hat wohl, ist wohl jetzt ziemlich unkonstant, er hat wohl auch viele Jahre dabei, wo der nicht so performt hat, ähm, aber, ich glaube, so im Gesamtpaket, guter Fußballer, ähm, sehr, sehr schnell, diese Schnelligkeit, und der hat einen guten Schoß, hat eine, äh, gute Trefferquote zuletzt gehabt, den Torriecher, das ist schon, gibt schon so Elemente, die, die wir nicht so im Kader haben, ne, weil Schnelligkeit geht uns ja, da ging es uns ja in der letzten Saison ging es ja voll ab. Ja, also, du hattest eigentlich wirklich nur Lasme, den du dann hier und da mal eingewechselt hast, weil er halt einfach in seiner Entscheidungsführung nicht gut genug war, um wirklich langfristig in der Startelf zu stehen, und, ähm, ja, die anderen Spieler, die so für dich die schnellsten waren, waren dann so Kabadai, der aber auch jetzt niemanden abgehangen hat mit seinem, äh, Tempo vorne, Karamann ist jetzt auch nicht langsam, aber du hattest halt wirklich keinen, der wirklich mal ein paar Spieler überlaufen konnte, sondern das war einfach eine solide Grundgeschwindigkeit, und das hat dir halt nicht viel gebracht, weil du halt trotzdem meistens vorne mit Rodde gespielt hast, der das nochmal ein bisschen vom Schnitt runtergezogen hat, äh, deswegen sehr, sehr gut, wenn du da jetzt einfach mal ein Spielsystem hast, mit, äh, Spielern, die da auch wirklich reinpassen, die Geschwindigkeit mitbringen können, und, ähm, deswegen, mich bestellt nochmal ein bisschen mehr das Gefühl, dass Lasme wirklich, äh, eingeplant ist, weil du da auch einfach eine sehr, sehr gute Alternative hast, den dann von der Bank zu bringen, wenn du sowieso schon mit einem schnellen Spieler startest, die Person eins zu eins ersetzen kannst, ähm, und dann da direkt weiterhin mit Geschwindigkeit nach vorne kommst, ist Lasme einfach auch nochmal eine größere Waffe, wenn da der Rechtsverteidiger beispielsweise das ganze Spiel über einen schnellen Siller verteidigen muss, der auch noch direkt, ähm, am tricksten ist, und dann am Ende Lasme nochmal reinkommt und ihn überrennt, dann, äh, bist du da einfach ein paar Beine müder und kannst ihn dann da vielleicht nicht mehr so gut einholen, deswegen kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, auch in Bezug auf Lasme nächste Saison. Ja, also, gebe ich dir recht, ich glaube, Kabadei ist schon extrem schnell gewesen, ich glaube, der ist sogar fast so schnell wie ein Lasme, also die nehmen sich da, glaube ich, nicht so viel, aber, ähm, ja, die, die, die Möglichkeit, Lasme einfach als Joker zu bringen, ist halt richtig wertvoll, ne, weil, wie du gesagt hast, wenn der die am Bearbeiten ist, der Siller, und dann, äh, komm doch einmal in Lasme rein, der ist noch komplett frisch, den kannst du schicken, das ist schon richtig gut, und auch generell, ich hoffe, dass wir natürlich in der nächsten Saison offensichtlich stärker sind, wahrscheinlich dann in der zweiten Halbzeit, dann irgendwann in Führung sein werden, und dann nochmal in Lasme zu bringen, wenn du in Führung bist, ist auch immer wertvoll, weil du dann auf Konter gehen kannst, oder beispielsweise beide auf dem Platz einfach hast, ne, musst den ja nicht auswechseln, du kannst ja auch mit zwei extrem schnellen Spielern dann vorne drin spielen, das ist schon sehr, 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 sehr wertvoll, sehr, sehr gut. Und, ja, ich, ich hab ein bisschen so bei, bei Lasme aufgegeben, weil da fußballerisch sehr, sehr viel gefehlt hat, und, äh, er hatte ein paar Momente, die waren gut, aber, ja, vielleicht kriegt der Sydney Sam den irgendwie hin, der war ja auch ein sehr, sehr schneller Spieler, vielleicht kann er den, und der war zumindest mal Nationalspieler, der kann ihm vielleicht Sachen zeigen, und das, was ich beim Siller aber gut finde, ist, dass der ja auch Fußball spielen kann. Ja. Ich hab gelesen, er hat Schwächen im Passspiel, aber so rein Dribblings, Ballernamen, Abschluss ist der richtig gut, Kopfballspiel soll er wohl ausbaufähig sein, und in der Defensivarbeit, und das ist mir immer am liebsten, wenn die Spieler, die offensiv sind, so Stürmer oder Außenbandspieler, defensiv schlecht sind. Das ist so, okay, das kannst du verschmerzen, so, wenn er dann, wenn der Rest alles stimmt, dann kann er von mir aus auch defensiv schwach sein, aber das kann er ja auch alles noch bei uns werden. Ja, und ich mein, er ist 1,81 groß, also ich glaub, die großen Kopfballwunder erwarten wir jetzt auch alle nicht von ihm, der ist wirklich eher einer, der am Boden ein bisschen Trubel stiften soll, und ich glaub, ich hab ein ganz gutes Gefühl bei ihm, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, und ja, wenn du nichts mehr zu ihm zu sagen hast, können wir zum zweiten Spieler kommen, der ja fast fix ist. Ja, nur ne kurze Sache, der soll wohl auch einen langfristigen Vertrag bei uns erhalten, was da auch richtig gut ist, ist ja auch erst 24 Jahre alt, das heißt, jüngere Spieler noch, und Marktwert 2,5 Millionen, wir haben ihn für 2,5 Millionen geholt, also Marktwert gerecht, und der hatte mal 5 Millionen Marktwert, als er noch bei Monaco gespielt hat mit 18 Jahren, hat da übrigens auch Champions League gespielt, also da ist auch noch sehr, sehr viel Potenzial drin. Aber jetzt haben wir auch noch Champions League gespielt. Ja, 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 das waren die Zeiten, da ist auf jeden Fall viel drinnen noch in der Marktwertentwicklung, und ein netter Side-Fact, was ich auch noch loswerden wollte, der kommt aus Mali, und da ist diese Connection vielleicht mit CC gar nicht mal so unverkehrt, dass er da einen Landsmann mit dabei hat, sodass die sich dann da auch verständigen können auf Französisch, er spricht nicht auf Französisch, und ja, wenn du da jemanden hast, der Gas gibt, der in der Startelf ist, und der CC hat ja scheinbar, oder man hat es ja gesehen, der hat ja was drauf, da ging es ja eher ums Konditionelle und so, um Mentalitätsprobleme, und wenn er den da in den Griff kriegt, und der ist, glaube ich, ein sehr ehrgeiziger Spieler, dann ist das auch sehr, sehr gut, weil auch das Video, was man von ihm gesehen hat, der ist ein sehr, sehr kompetenter Typ, der hat mir einen sehr, sehr höflichen Eindruck gemacht, auch sehr bodenständig, fand ich positiv, und das kann, glaube ich, auch auf dem CC gut, dem Guttun dann jemanden da zu haben. Und jetzt lass uns zu Sanchez kommen. Ja, was gibt es über Sanchez zu sagen? Also wir hatten, soweit ich das gelesen habe, haben wir drei Angebote jetzt mittlerweile abgegeben, zumindest von dem, was man so gehört hat, ist man wohl reingestartet mit einem Angebot von, ich glaube, es waren 600.000 plus 10% Weiterverkaufsbeteiligung, das wurde dann natürlich abgelehnt, muss man, glaube ich, auch sagen, hätte man mit rechnen können, das war, glaube ich, eher so ein Vorfühlangebot, um zu gucken, wie sieht es aus, was wollen die vielleicht für ihn haben, und dann hat es ein zweites Angebot gegeben, ich weiß nicht mehr die genaue Summe, ich glaube, es war leicht verbesserte Bezüge rund um die Million, ich weiß nicht die genaue Summe, vielleicht hast du die gerade parat. Ja, ich meine, das war noch unter einer Million, ich glaube 900.000 oder sowas. Genau, so 800.000, 900.000 ungefähr. Aber da gab es auch verschiedene Leute, die immer was Verschiedenes geschrieben haben. Ja, aber auch da war ja dann wieder die Weiterverkaufsbeteiligung ein Thema, und jetzt soll eine vermutlich Einigung erzielt worden sein, nur mit kleinen Details, die noch geklärt werden müssen, rund um die 1,5 Millionen plus Weiterverkaufsbeteiligung und Boni. Und ja, das ist, glaube ich, also finde ich zumindest, ein sehr, sehr guter Deal. Trotzdem, auch wenn das wieder eine hohe Summe für uns ist, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass der bei uns gut reinpasst. Und, das ist das Wichtigste daran für mich, er ist ein Innenverteidiger, wir hatten sehr, sehr große Probleme auf der Innenverteidiger-Position in der letzten Saison, und ich finde es sehr gut, dass du jetzt auf den Positionen, die dir in der letzten Saison so ein bisschen das Genick gebrochen haben, immer mal wieder jetzt wirklich mit dem Geld auch nachhilfst. Also, Rechtsverteidiger immer wieder ein Thema, haben wir 300.000 in die Hand genommen für Gantenbein, der eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Wir haben für Silla als Offensivspieler, wo wir auch Hasen hatten, wo wir fünf Spiele in Folge gefühlt zwei Tore geschossen haben, haben wir auch 2,5 Millionen in die Hand genommen. Und wir geben jetzt für die wahrscheinlich sogar größte Schwachstelle, die wir letztes Jahr hatten, die Innenverteidiger-Position, auch nochmal 1,5 Millionen aus. Und ich finde es sehr gut, dass wir genau in diesen Bereichen eben sagen, okay, wir müssen uns da verstärken, dort nehmen wir das Geld auch für unsere Wunschspieler in die Hand und auf den anderen Positionen, die wir 1 zu 1 ersetzen wollen, können wir auch darauf verzichten und gehen lieber mit ablösefreien Spielern. Deswegen, was diese Planung angeht, bin ich sehr, sehr zufrieden damit und ich glaube auch, dass Sanchez sehr gut bei uns reinpassen wird. Ja, ich hoffe es, das ist so ein Spielerprofil, der macht richtig Bock, der ist ein Kämpfer, der ist gut im Zweikampf, der ist aber auch ein technisch guter Spieler, der ist eigentlich ein kompletter Spieler, das mit seinen 20 Jahren. Wenn man so die Videos guckt, ist der auch sehr, sehr aggressiv mit dabei, so typische Argentinier auch. Ist generell geil, auch einen argentinischen Spieler so zu haben, weil das sind auch so Spieler, die können direkt mal so richtig vom Marktwert auch explodieren. Was ich auch geil finde, der soll einen Fünfjahresvertrag kriegen, das ist auch schon mal was richtig Gutes mit 20 Jahren, dann ist er 25, dann ist er im besten Fußballalter und kann sich hier bei uns weiterentwickeln. Einzige, was ich so sehe bei ihm ist, für einen Innenverteidiger mit 1,84 nicht ganz so groß. Ich habe immer am liebsten so 1,90 große Verteidiger. Also da haben wir aber auch mit dem Kalash, CC und Konsorten haben wir große Spieler, die man daneben auch stellen könnte. Spannend wird sein, wie das dann, ob das in der Viererkette dann ist, wo wir zwei Innenverteidiger haben, oder in der Dreierkette, beziehungsweise Fünferkette mit drei Innenverteidigern. Das wird auch sehr, sehr spannend sein. Soll ja ein Linksfuß sein. Das ist schon mal, finde ich, positiv, dass man dann wahrscheinlich den Kaminski dann nicht auf der linken Innenverteidigerposition sehen wird. Generell wird es sehr, sehr spannend sein, wie wir dann die Innenverteidigung bilden, weil du hast ja einen Kalash, der gesetzt ist. Sanchez, wenn du da 1,5 Millionen bezahlst und noch weiterverkaufsbeteiligung, wird da auch gesetzt sein. Einfach aufgrund des Preises, den man da bezahlt. Dann hat es ja den neuen Wasinski geholt. Du hast noch CC. Du hast noch viele jüngere Spieler. Ein Bartel ist hochgezogen worden. Ein Wulut könnte da auch theoretisch spielen. Und halt noch den Kaminski. Das wird dann spannend sein. Ich denke mal, in der Viererkette ist Sanchez Kalash gesetzt erst mal. Aber in der Fünferkette ist noch dieser dritte Spieler so übrig. Und ich glaube, der CC würde ja auch die ersten Ligaspiele verpassen, wenn Mali relativ weit kommt. Denke ich auch, ja. Und was ich aber trotzdem ganz spannend finde, ist ja, dass Gerhard sich bisher noch auf keinem System festlegt. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er vielleicht wirklich variabel das gestalten wird. Dass er vielleicht dann gegen den einen Gegner mit einer Viererkette startet, vielleicht gegen den anderen mit einer Fünferkette. Und du da dann einfach schaust, wo die Stärken dann genau liegen. Aber nichtsdestotrotz solltest du natürlich dein eigenes Hauptsystem haben und dich jetzt nicht von jedem Gegner beeinflussen lassen. Sondern du musst beide Systeme beherrschen. Aber im Endeffekt trotzdem eins ein bisschen weiter vorne haben. Und aktuell von den Planungen her finde ich es aber zumindest gut, dass du beide Systeme bekleiden könntest. Du hast genügend Innenverteidiger, um eine Dreierkette zu spielen. Stand jetzt. Wenn jetzt ein Greime zum Beispiel nicht gehen sollte, dann wärst du da aktuell noch ganz gut aufgestellt. Und ja, ich finde es auch spannend, wer da den dritten Mann geben würde. Das ist ja so ein bisschen das ewig leidige Thema bei uns, dass wir immer wieder über den dritten Mann reden in der Kette. Kalash, wie gesagt, das muss gesetzt sein nach der letzten Saison. War der Einzige, der wirklich mit Führung und mit Qualität über die komplette Saison ab dem Punkt, wo wir uns dann ein bisschen gefangen hatten, vorangegangen ist. Und ich denke auch, Sanchez wird gesetzt sein. So weit da jetzt keine größeren Fehler passieren bei ihm oder vielleicht im Training irgendwas negativ auffällt, wird, glaube ich, Sanchez erstmal gesetzt sein. Hoffe ich auch. Und dann ist es sehr, sehr spannend, weil, wie du gerade gesagt hast, Tissé, denke ich auch nicht, dass er da den ersten Spieltag schon bestreiten könnte. Auch wenn ich finde, von der Qualität her, die er dann auf den letzten Metern in der Saison doch noch gezeigt hat, hätte ich ihn da schon ganz gerne gesehen. Aber wir haben zumindest genügend Alternativen, mit denen wir rein starten könnten. Und da wird es eben sehr, sehr spannend sein, wie die Spieler sich im Trainingslager präsentieren, wie die sich in weiteren Trainings präsentieren. Ich glaube, die Position ist wirklich noch sehr, sehr offen, wer da am Ende starten könnte. Wahrscheinlich sogar so offen wie keine andere Position, weil auf vielen anderen ist, denke ich, klar, wer spielt den Tor, hast du einen Hoffmann, der starten wird. Du hast auf der linken Seite Möken, der starten muss, wenn er hier bleibt. Also da gibt es sehr, sehr viele Positionen, wo eigentlich klar ist, wer spielen wird, wenn nichts schiefläuft. Und in der Innenverteidigung ist eben eine der Positionen, wo du auf jeden Fall noch schauen kannst, wenn sich jemand im Training aufspielt, dass der dann eben da gesetzt wäre. Ja, absolut. Thema Innenverteidigung noch. Kam ja dann zum Trainingsstart auch noch die Mitteilung von Wilmotz, dass der Greimel sich auch einen neuen Verein suchen kann, dass man nicht mehr mit ihm plant. Finde ich richtig den Schritt, weil man kann halt mit ihm nicht planen. Du kannst ihm auch keine Vertragsverlängerung anbieten, weil sind wir ehrlich, der hat so ein hohes Verletzungsrisiko. Wenn du ihm jetzt noch den Vertrag verlängerst, am Ende verletzt er sich und dann hast du dann nochmal zwei Jahre einen verletzten Spieler auf der Payroll. Und deswegen finde ich das richtig. Der hat jetzt einen aussaufenden Vertrag. Deswegen, wenn man dann noch eine nette Summe oder auch ablösefrei den ziehen lassen kann, vielleicht mit einer weiteren Verkaufsbeteiligung, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache. Und ihm wird, glaube ich, auch so einen Tapetenwechsel ganz gut tun, weil er dann einfach diese Zeit auf Schalke mit den ganzen Verletzungen auch einfach abhaken kann. Ja, denke ich auch. Die einzige Variante, wie du ihn, finde ich, noch irgendwie halten könntest, wäre, wenn du sagst, okay, hier, pass auf, lief in den letzten Jahren nicht gut. Wenn du aber hierbleiben möchtest und dir das zutraust, dass du jetzt vielleicht wirklich mal eine Saison spielst, wo du verfügbar bist, wo du gute Spiele für uns zeigst, dann setzen wir einen neuen Vertrag auf, wo dann eben geschrieben steht, der Vertrag geht weiter in dieses eine Jahr. Wenn er aber Spiele, zum Beispiel 15, 20 Spiele macht, dann verlängert sich der Vertrag automatisch um ein Jahr, bei drei Spielen um zwei Jahre, so dass du dann einfach trotzdem diese Sicherheit hast, dass, wenn er sich bei dir dann doch zeigt, dann am Ende nicht ablösefrei geht, weil das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario für uns als Verein. Und da kannst du jetzt auch nicht so einen Spieler nach den ganzen Jahren, wo er dir nicht weitergeholfen hat, eben weiter in diese Entwicklung quasi ermöglichen, aber dann am Ende davon überhaupt nicht profitieren. Das wäre halt einfach sehr bitter, weil wir halt in der aktuellen Situation auf jegliche Summen angewiesen sind. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt. Ich kann mir halt so einen Vortrag eigentlich nicht vorstellen. Wäre aber das einzige Szenario, in dem du ihn irgendwie vernünftig halten solltest. Und deswegen glaube ich auch, dass da ein Wechsel sehr wahrscheinlich ist. Ja, ein bisschen traurig so, dass er nie angekommen ist, aber so Spieler gibt es halt. Ich kann mich noch damals erinnern, Koke, wo der zu uns gewechselt ist, Riesenspieler aus Spanien. Und dann war da auch einfach seine gesamte Zeit auf Schalke einfach verletzt gewesen. Und ja, ist manchmal so. Genau, dann gab es auch ein paar interessante Neuigkeiten. Wir haben jetzt zwei Partnervereine, einmal Fenlau, einmal Aarau. Und nach Fenlau wurden bereits zwei Spieler verliehen, einmal der Purple und einmal der Jumpy. Ja, wie siehst du das mit den Partnervereinen? Ich habe auch gehört, Fente Entschede, da sollen wir auch intensiver mit denen zusammenarbeiten. Ich finde, ja. Ja, hätten wir zwei Holländer und jetzt einen aus der Schweiz? Ich finde es generell sehr gut. Also da muss man jetzt, finde ich, auch gar nicht so sehr drauf gucken, wer jetzt genau der Partnerverein ist. Sondern da geht es dann wirklich mehr um die Dinge, die zwischen den Vereinen besprochen werden, wenn es da einfach zwischenmenschlich passt. Wenn die Visionen von beiden Vereinen zusammenpassen, dann finde ich das grundlegend sehr, sehr gut. Muss kein Name sein, den man jetzt irgendwie großartig kennt, sondern es geht wirklich primär darum, dass sich eben diese Spieler weiterentwickeln können. Wenn dann diese Scouting-Netzwerke und so weiter noch geteilt werden oder man sich austauscht, dann ist es natürlich zusätzlich positiv. Aber mir geht es wirklich primär darum, dass wir die Talente, die wir jetzt gerade alle für den Profikader gewinnen konnten aus unserer eigenen Jugend, dass die dann trotzdem jetzt Spielzeit sammeln können und wir nicht am Ende in die Saison gehen mit vielleicht 20 Talenten, wovon dann aber nur fünf Spieler wirklich geplant sind und fünf hier und da mal einsetzen kriegen und die anderen Zehnten spielen dann im Endeffekt doch wieder U23. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern du willst ja, dass deine Talente sich im besten Fall alle weiterentwickeln. Und deswegen finde ich es sehr, sehr gut, dass wir jetzt aktuell nach Partnervereinen suchen und jetzt auch schon zwei gewonnen haben. Wie viele da jetzt genau die perfekte Menge wäre, weiß ich nicht so ganz, aber dass du jetzt zumindest mal zwei hast, ist schon mal sehr, sehr gut. Ich finde, ein Dritter tut auch noch gut. Darüber hinaus kann es natürlich auch helfen, aber ich glaube, irgendwann kommst du ja auch an den Punkt, wo du dann gar nicht mehr genügend Spiele hast, um die alle auszuleihen, weil du hast ja selber gar keine Spieler mehr. Ja, ich finde aber auch der Austausch gerade im Scouting-Bereich sehr, sehr wertvoll. Weil wir haben ja auch gerade so diesen Trend, dass ein Investor mehrere Vereine besitzt in verschiedenen Ländern. Das hast du ja bei Red Bull zum Beispiel, dass die Red Bull Salzburg haben, dann noch in Brasilien und New York und dann noch Red Bull oder auch die ganzen Manchester City oder diese 7-7-Partners, wo auch Hertha mit drin ist. Und da super viele Vereine dann so dazugehören, die dann auch die ganzen Informationen untereinander austauschen können oder aber auch von Spielertransfers profitieren. Und da musst du halt so als Traditionsverein, der nicht von einem Investor geführt ist, auch irgendwie so gegenhalten dem modernen Fußball und auch Ideen entwickeln, wie du dann da an deine Informationen kommst, wie du dann Scouting erweitern kannst, aber auch, wie du vielleicht so mit Partnerschaften halt Spieler entwickeln kannst, wo vielleicht bei Red Bull Leipzig oder RB Leipzig die Spieler in Red Bull Salzburg entwickelt werden. So kannst du das hier vielleicht in den einen oder anderen Partnervereinen machen, weil ja die U23 bei uns ist halt Regionalliga West. Das ist halt schon ein anderer Fußball, der da auch gespielt wird. Und war kompetitiv, nicht ganz auf der Höhe. Und ja, du willst den Spielern ja auch, die was drauf haben, auch irgendwo eine Perspektive bieten. Letztes Jahr sind die dann alle in die Zweitliga irgendwie gewechselt. So ein Cidi Sané oder wer warst du nochmal? Na Paderborn gewechselt aus unserer A-Jugend. Ich habe den Namen auch wieder vergessen. Ich habe mir gerade auch nicht einen. Hansen, war das Hansen? War das Hansen, glaube ich, ja. Kann das sein? Ja, kann das sein, ja. Also solche Spieler, die dann da Fuß fassten in der zweiten Liga, die du vielleicht auch irgendwie bei einem Partnerverein weiterentwickeln könntest. Ja, es war auch tatsächlich Matthes Hansen. Also wir hatten den Namen dann sogar. Ja, also ich bin da voll deiner Meinung. Also es sind natürlich beide Punkte wichtig. Mir ging es primär jetzt darum, dass eben die Spieler, die wir haben, das ist einfach verschwendetes Talent. Also muss man ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt mit 20 Spielern aus deiner eigenen Jugend in die Saison gehen würdest und dann davon der Hälfte keine Chance wirklich geben könntest, weil du einfach zu viele Spieler hast, die gesetzt sein müssen, weil die einfach zu viel Qualität mitbringen und vielleicht auch für Summen gekommen sind, die du einfach natürlich dann spielen lassen musst, wie jetzt ein Silla, wie jetzt auch ein Sanchez, wenn er dann kommen sollte. Die musst du halt einfach spielen lassen, wenn die die Qualität auch wirklich auf den Rasen bekommen. und dann hast du einfach nur deine Positionen, wo du immer mal wieder Jugendspieler reinwerfen kannst. Und da ist es logisch, dass du da natürlich nicht alle bringen kannst. Deswegen ist es sehr, sehr gut, dass man da jetzt am Partnerverein arbeitet und nicht immer dann schauen muss, können wir den Spieler noch irgendwie verleihen, gibt es da einen Interessenten, sondern du wirklich mit deinem Partnerverein schauen kannst, ey, passt da bei euch gut rein und da einfach gegenseitig dir auch einfach hilfst. Ja, absolut. Dann hatten wir noch ein Gerücht, was gerade rumgeht mit Olexi Kaschuk, Spieler derzeit bei Schachter Donetsk. Könnte ablösefrei zu uns wechseln, sind aber auch einige andere Vereine interessiert. Also wir werden genannt VfL Bochum, der noch in der Bundesliga sind, aber auch aus der zweiten Liga Düsseldorf und Hertha. Er ist ein interessanter Mann, 24 Jahre alt, kann Sturmspielen, kann über rechts außen kommen. Hat zuletzt einige Spiele gemacht, auch für Schachter. In der letzten Saison hat er in 15 Spielen 5 Tore, eine Vorlage. In der letzten Saison hat er in 10 Spielen 3 Tore und eine Vorlage gemacht. Bei Ukraine muss man ja auch immer gucken, wie der Liga-Betrieb gerade überhaupt ist mit dem Krieg auch. Aber es scheint jetzt nicht der Schlechteste zu sein. Und dass da jetzt auch so viele andere Vereine interessiert sind, das ist ja auch immer so ein Indiz, dass der Spieler auch was drauf hat. Ich kenne den Spieler jetzt nicht, hat aber seit der U17 alle U-Nationalmannschaften der Ukraine durchgespielt. Und hat auch schon Erfahrung in der Champions League, in der Europa League und in der ukrainischen Liga hat er insgesamt 48 Spiele gemacht. Acht Woche, drei Vorlagen. Hat auf jeden Fall schon für 24 Jahre einiges auch an Erfahrung. Ja, also ich kenne den Spieler persönlich auch nicht, aber wie du gerade schon gesagt hast, das zeigt natürlich einfach, wenn viele deiner Konkurrenten den Spieler auch auf dem Zettel haben, dass du da nicht zu Unrecht an Spieler interessiert bist. Aber auch selbst wenn die jetzt nicht daran interessiert werden, ich bin wirklich aktuell sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung, was die Spieler, die zu uns kommen, also an dem Punkt, an dem wir einfach gerade angekommen sind. Weil ich hätte wirklich, vor der Transferperiode, hätte ich gedacht, dass ich solche Transfers wie zum Beispiel Kiki Top oder Asan Uedra Ogo, wenn die dann gehen, dass du da einfach deutlich trauriger bist und denen mehr hinterherholst. Aber da bist du einfach einerseits abgestumpft von den letzten Jahren, weil die Spieler immer wieder gehen. Oder auch, worauf ich eben hinaus wollte, ist, dass du mit Manga jetzt einen Manager gefunden hast, der zumindest auf den ersten Blick gerade Spieler für dich findet und scoutet, die du überhaupt nicht auf dem Schirm hast, die dir auch Qualität wieder zurückgeben können und hoffentlich auch werden. Und so eine Position gut besetzt zu haben, ist einfach so viel wichtiger als jeder Spieler, den du hast, weil du dann einfach diesen Kreislauf endlich vielleicht mal entwickelt bekommst, wo du deine Spieler teurer verkaufen kannst, wo du die weiterentwickelst, wo du endlich an den Punkt ankommst, wo du vielleicht mal die Schulden weiter abarbeiten kannst und dich langfristig wieder nach oben arbeitest. Und deswegen vertraue ich da komplett auf Mangas Einschätzung, dass der Spieler uns dann weiterhelfen würde, wenn er dann wirklich ein heißes Thema für uns wird. Ja, und wir hatten ja noch den Young Young Lee, auch wo wir daran interessiert gewesen sind. Der hat noch einen Vertrag bis zum 15.07.2024, also noch 15 Tage. Da kann es natürlich auch sein, dass der Spieler dann auch nochmal heiß wird, dass man den dann auch ablösefrei verpflichten könnte. Der ist scheinbar gerade beim Militärdienst in Korea und er spielt in so einer Militärmannschaft gerade und dann wäre der ablösefrei. Ja, das wäre auf jeden Fall... Da hätte man auch diesen fehlenden Stürmer, den wir uns noch wünschten, auch mit 1.90 noch groß, hätten wir ihn dann noch abgedeckt. Oder halt auch mit dem... mit dem Kautschuk hast du auch nochmal einen Stürmer, der aber, glaube ich, eher auch dieses Profil hatte, eher wendiger Spieler, kleinerer Spieler, mit 1.80 ist. Wir hatten ja auch diesen Belgier noch gehabt, oder diesen, ich glaube, aus Kongo stammender Spieler, aus Belgien. Weißt du, wen ich meine? Nee. Aus Lüttich war der, glaube ich, im Gespräch. Ich schaue nochmal kurz nach. Der hat ja auch das Profil eher als, ich sage mal, technisch starker Spieler. Also dann wird es mich... Ach, ich glaube, ich weiß wieder, wie du meinst. Balik Vischer, war das der? Genau, Balik Vischer, ja, ja, richtig. Der ist ja auch jemand, der, sage ich mal, was am Ball kann. Auch, sage ich mal, im offensiven Mittelfeld, ne? Das ist, glaube ich, ein ähnliches Profil, was auch der Kaschuk auch mitbringt. Ja. Und, ja, das kann ich mir vorstellen, dass da noch auf der Position einer kommt, dann nochmal einen Stürmer und dann wären wir, glaube ich, durch mit dem Sanchez, wenn er kommt. Ja. Dann hättest du, glaube ich, da alles abgedeckt und, ich glaube, alle Wünsche auch von Gerrards erfüllt und dann geht es, wie du gesagt hast, wirklich nur noch drum, Ersatz zu finden, wenn einer noch gehen sollte und halt darum, die aussortierten Spieler loszuwerden. Ja, denke ich auch. Apropos aussortierte Spieler, da war ja Baumgartel und Drexler, die beim Training starten nur separat trainiert haben. die hatten eine Übung zusammen im Team gemacht und die sollten sich auch anderweitig umziehen. Der Andi Ernst von der WAZ hat da, ja, einen Artikel geschrieben, eine eigene Meinung, wo er sehr, sehr viel Kritik bekommen hat. Wie siehst du die Situation um Baumgartel-Drexler? Ich finde es ein ganz schwieriges Thema, also ich kann beide Seiten verstehen. Einerseits kann ich Gerrards irgendwo nachvollziehen, dass er sagt, wir haben die letzte Saison so zu Ende gebracht und auch positiv zu Ende gebracht, ohne Drexler und ohne Baumgartel, dass es dafür keinen Grund gibt, mehr mit ihm zu planen. Ich verstehe auch, dass man irgendwo sagt, ist vielleicht ein bisschen unwürdig und ein bisschen komisch, dass jetzt ausgerechnet die beiden weiterhin alleine trainieren müssen und andere ausnotierte Spieler das eben nicht tun. Ich kann wirklich, ich kann beide Seiten komplett nachvollziehen. Ich würde auch mich ein bisschen komisch fühlen, wenn jetzt Drexler und Baumgartel wieder voll integriert wären und da Witze mit den Spielern von der nächsten Saison machen würden. Dann würde da, glaube ich, auch mehr wieder dieses Gefühl aufkommen, vielleicht kriegt ja doch noch mal einer eine Chance von beiden und ich glaube, das würde halt einfach aktuell nicht mehr passen, wenn da einer von beiden jetzt noch mal die nächste Saison für uns spielt. Deswegen kann ich es irgendwo nachvollziehen. Ich verstehe auch, was Andi Ernst damit sagen wollte, aber es ist halt wirklich sehr, sehr falsch rübergekommen und ich glaube, da spricht so eine generelle Unzufriedenheit von vielen Schalke-Fans aktuell gegenüber der Watz, weil da einfach in letzter Zeit ziemlich viele Punkte waren, die vielen Schalkern einfach missfallen, weil da viel Unruhe teilweise mit reingebracht wurde und dann Dinge berichtet wurden, die vielen halt einfach sauer aufstoßen und das kann ich auch irgendwo verstehen. Aber was die Drexler-Baumgartel-Thematik angibt, gibt es für beide Seiten, finde ich, gute Argumente. Also ich bin da voll auf der Seite der Kritiker, weil ganz ehrlich, was der Baumgartel sich im letzten Jahr erlaubt hat, also der hat ja den Reiß quasi alleine abgesägt, keine Leistung gezeigt, dann auch noch beim zweiten Trainer, der auf ihn gesetzt hat, da auch noch in Ungnade gefallen und suspendiert worden, das musst du erst mal leisten und der Drexler ja gut, das hat nicht funktioniert, was da intern gefallen ist, weiß ich nicht, aber das wird ja auch nichts sein, sonst wird der Gerrard den auch nicht suspendieren lassen und das war ja auch nicht für ein Spiel, wie das auch beispielsweise beim Ovean gewesen ist, der auch ein Spiel nur suspendiert gewesen ist, sondern das ist dann für die ganze Zeit und jetzt auch anschließend gewesen und da schätze ich den Gerrard schon ein als einen Trainer, der da ja, der da schon auch mit den Spielern umgehen kann, nicht umsonst hat er dann auch zum Ende der Saison nochmal das Team hinter sich bekommen und das würde ja nicht passieren, wenn er da Entscheidungen getroffen hätte, die überhaupt nicht nachvollziehbar gewesen wären, wie das einige auch berichtet haben, ich glaube, wir hatten einen Sauhaufen da, muss man so sagen und ich bin froh, dass wir jetzt wirklich einen Umbruch machen und in diesem Umbruch, dann sollten einige Akteure auch gar nicht mehr dabei sein, zumal die ja auch, wie ich das erfahren habe, Angeboten bekommen haben, ebenso wie Ralf Fährmann in der U23 zu trainieren und das hätten die zwei annehmen sollen, da waren die beiden sich aber wieder zu stolz, so und das ist eigentlich so, die Situation, die haben sie sich so selbst verbaut, mit dem Agieren in der letzten Saison und dann halt auch jetzt hier mit der U23, dass man das Angebot abgelehnt hat, wie das der Fährmann aber angenommen hat, hätte sie einfach sagen sollen, okay, nehmen wir an, wir halten uns jetzt fit für den nächsten Verein und dann geben wir Gas im Training der U23 und es würde gar nicht zu so Sachen kommen, wie ja, die müssen sich woanders umziehen und die machen nur eine Übung mit denen zusammen, müssen separat trainieren, das würde ja gar nicht dann passieren, wenn die einfach gesagt hätten, okay, machen wir, wir suchen uns jetzt einen neuen Verein und wir trainieren einfach in der U23. Ich kann mir vorstellen, dass er selbst hier trotz mit reinspielt, dass sie es eben nicht machen, dass sie auch vielleicht das so ein bisschen bezwecken wollen, dass dann eben solche Berichte dann vielleicht noch ein bisschen mehr Unruhe reinbringen, ich weiß es nicht. Also vor allem bei Baumgartel kann ich, da muss ich auch noch ein bisschen differenzieren, kann ich sogar noch ein bisschen mehr nachvollziehen, dass er eben so separiert wird, weil das vor allem mit dem Trainerinterview halt wirklich gegenüber Thomas Reis so unwürdig damals war, dass es fast schon ein Grund sein müsste, dass du ihn einfach hättest, also nicht nur suspendieren, sondern einfach freistellen hättest können. Steht halt so nicht im Vertrag, dass du es machen kannst, sonst wäre es schon längst passiert. Aber ich finde Baumgartel wirklich nochmal eine andere Hausnummer, als es Drechsler war. Deswegen vielleicht spricht da bei mir auch dann nochmal der Punkt, warum ich das so ein bisschen nachvollziehen kann, ein bisschen mehr wegen Drechslerhausmehr heraus, weil ich da halt einfach nicht weiß, was da jetzt so Schlimmes passiert gewesen sein soll, außer diesem Schokodrink, den man immer mehr wieder gehört hat. War da jetzt ja wirklich kein Grund, der wirklich nach außen gedrungen ist, sondern eher, dass man immer wieder gehört hat, Gerard und Drechsler können halt einfach nicht miteinander. Und ja, deswegen ist das wahrscheinlich auch so ein kleiner Punkt, der bei mir noch ein bisschen mit reinspielt, dass ich die einfach nicht so ganz voneinander trennen kann, weil die ja eben zusammen jetzt dieses Problem haben. Ja, aber wenn du so, wenn du so einen Spieler hast wie ein Drechsler, wenn man sagt, der Trainer und er können nicht miteinander, der dann jedes, bei jeder Taktikbesprechung dem Trainer reinreden muss, nein, das ist anders, nein, das ist falsch, so ein richtiger Querulant, der die ganze Arbeit, die ganze Energie, die Energie, die du aufbauen willst, die ganze Zeit kaputt macht, so dieses ganze Team-Building, Teamgeist immer zerstört, weil der immer da, und ich weiß nicht, ob das passiert ist, aber, ja, kann ja so gewesen sein, immer Kritik reingebracht hat, immer was Neues vorgeschlagen hat, was nicht der Trainer, nicht die Richtung vom Trainer gehen, ja, dann ist es klar, dass man dann irgendwann sagt, okay, das geht nicht weiter, und der Gerrards hat ja auch gesagt, das war jetzt nicht ein Vorfall, das war jetzt nicht der Schoko-Drink, warum der suspendiert worden ist, sondern das ist einfach die gesamte Situation gewesen, und ja, dann ist das halt normal so, es gibt halt auch immer Spieler und Trainer, die nicht untereinander funktionieren, so, ja, selbst Ibrahimovic und Guardiola haben zusammen nicht funktioniert, und beide waren ja, haben ja krasse Karrieren hingelegt, so, das kommt halt mal vor, so, und dann, ja, ist es halt so, und dann muss man sich damit abfinden, und dann würde ich mich freuen, wenn die zwei so schnell wie möglich einen neuen Verein finden, und, äh, auch die, ähm, die restlichen Spieler, äh, dann einen neuen Verein finden, bei, bei Fährmann kam ja irgendwie die Meldung, dass er auf keinen Cent verzichten möchte, dass er quasi jetzt den Vertrag aussitzen möchte, äh, ist wohl von der Bild-Zeitung gewesen, da muss man ja auch immer so, gucken, ne, ob das richtig ist oder nicht, glaubst du, Fährmann wird nochmal, wird, wird den Verein verlassen, glaubst du, der wird noch wechseln, oder glaubst du, der bleibt in der U23? Äh, auch widerliches Thema, ich hab irgendwie eher das Gefühl, dass er an der U23 bleiben wird, weil, wie du auch gerade schon gesagt hast, er will auf keinen Cent verzichten, ob das so stimmt, wie gesagt, Bildartikel, ähm, kann auch sein, dass das ein bisschen, ein bisschen zusammengereimt ist, und vielleicht einfach nur, die Situation ist, er würde jetzt beispielsweise noch 2 Millionen bekommen, will aber davon mindestens 1,9 Millionen haben, als Beispiel, dann, ähm, kann ich mir halt auch sehr, sehr gut vorstellen, dass Fährmann halt wirklich einfach darauf steht, dieses Geld halt einfach gerne zu bekommen, weil er eben ja schon seinen Vertrag gestreckt hatte damals, also er hat ja wirklich da schon gesagt, wo wir abgestiegen sind, okay, ich verdiene hier zu viel, ist klar, ich müsste eigentlich gehen, aber ich will Schalke dabei helfen, den Aufstieg klar zu machen, ich will hier weiterhin, äh, führende, tragende Rolle im Verein haben, und, äh, hat dann eben seinen Vertrag, statt 2 Jahre diese Summe zu verdienen, auf 4 Jahre erweitert, das heißt, das Geld steht ihm eigentlich schon seit 1,5 Jahren zu, wenn man so will, ähm, und das bekommt er jetzt halt weiterhin, und deswegen verstehe ich auch irgendwo, dass du dann als Spieler immer sagst, ich bin schon voll auf euch zugegangen, wie viel soll ich hier noch verzichten, ähm, ihr habt jetzt schon mehrfach mich immer wieder abrasiert, jetzt verzichte ich wieder auf Geld, ich verstehe irgendwo, warum, aber nichtsdestotrotz, ist Fährmann halt wieder einer der Personen, die dann immer wieder sagen, ich liebe Schalke so sehr, das ist eine schwere Zeit für mich, bla bla bla, und dann, wenn du Schalke so liebst, könntest du da dann auch sagen, ja gut, ich hab hier so viel verdient, ich hab eigentlich das Geld schon, hätte ich eigentlich schon haben müssen, vor einem Jahr, aber im Endeffekt, ähm, können wir dieses Kapitel jetzt hier einfach schließen, ich suche mir vielleicht nochmal einen anderen Verein, wo ich einfach nochmal vernünftig 1, 2 Jahre Fußball spielen kann, da kriege ich dann auch nochmal ein bisschen Geld wenigstens, und dann hatte ich trotzdem eine vernünftige Karriere, aber was Fährmann halt gerade dadurch so ein bisschen macht, ist halt leider einfach, sich ist mit sehr, sehr vielen Fans verscherzen, ähm, man merkt immer wieder, dass sehr viele Fans sauer auf Fährmann sind, und, ähm, einfach Fährmann müde, würde ich einfach das, glaube ich, bezeichnen, und das ist sehr schade, dass es halt so unwürdig zu Ende geht, von beiden Seiten aus, sowohl von Schalke als auch von Fährmann, und, äh, ja, ich hoffe, dass man sich irgendwie da noch einigen kann, aber ich hab wirklich kein gutes Gefühl, ich glaub, es wird eher Richtung U23 gehen, leider. Ja, was ich auch ein bisschen schade immer bei Fährmann fand, ist, immer, wenn er auf der Bank war, da gab's immer irgendwie in den Medienteater, ne, da gab's, es gab auch immer irgendwie Storys über ihn, so mit dem Kuchen, dann über den Berater, so, der sich beschwert hat, und so weiter, und jetzt gibt's wieder Storys und so, und, äh, keine Ahnung, also, äh, ja, hätte man ganz anders lösen können, lösen sollen, ich glaub, bei ihm ist halt auch die Sache, 35 ist der, glaub ich, der ist jetzt schon, beim, also, der wird jetzt nicht mehr viele Jahre Profifußball spielen, und er ist halt auch nicht hundertprozentig fit, der ist halt immer gut, dass er, ja, nach fünf Spielen, die er spielt, dann wieder ausfällt, mit einer Verletzung und so, und das ist halt, glaub ich, die Schwierigkeit da, auch einen neuen Verein zu finden, auch bei den anderen, die aussortiert sind, die sind ja alle noch halbwegs im Saft, äh, der eine mehr, der andere weniger, aber Fährmann ist schon so jemand, der so, man merkt schon, das ist schon der Spätherbst seiner Karriere, und jetzt geht's langsam so, äh, wo der Körper nicht mehr so richtig mitmacht, ne, und das ist halt dann so eine Schwierigkeit, grad als Torwart, wo du ja jemanden haben willst, wo du auf den Plan kannst, als Nummer eins, wo du ja am wenigsten Rotation haben willst, ne, auf der Position. Ja. Ich denke auch einfach, das Kapitel sollte man einfach schließen, das ist halt einfach wirklich, von beiden Seiten aus, wäre es einfach das Beste, auch wenn Fährmann natürlich gerne noch die, ich denke mal, es wird sich um ungefähr 1,5 Millionen noch handeln, die ihm eigentlich noch zustehen würden, ist er weiterhin einer Topverdiener gewesen, ähm, natürlich würden die ihm eigentlich zustehen, aber wenn er halt damals dann direkt gegangen wäre nach dem Abstieg, dann hätte er das Geld ja auch nicht bekommen, ähm, weil wir hätten ihn einfach de facto nicht halten können mit diesem Gehalt, das wäre nicht gegangen, er hätte gehen müssen, und, ähm, deswegen wäre es halt jetzt auch deutlich angenehmer für beide Seiten, wenn das Kapitel einfach mal sich schließen würde, sowohl für seinen Legenden-Status als auch für Schalke, und ich hoffe, dass da irgendwie noch eine Einigung erzielt wird, es wird aber auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Ja, und ich meine, wenn der jetzt nicht wechselt, dann kann er die Karriere komplett nach dem, nach dem Jahr in der U23 beenden, Ja. Weil dann ist er 36, hat ein Jahr kein Fußball gespielt, und dann ist es wahrscheinlich vorbei. Ich meine, letztes Jahr hat er ja noch ein paar Spiele gehabt, so, das kann man ihm dann noch irgendwie anrechnen, so, und in der Bundesliga war der ja auch noch richtig gut, ne, das ist auch jetzt nicht zu lange her, das ist anderthalb Jahre her, da hätte der vielleicht noch einen kleinen Markt irgendwo, ja, mal schauen. Okay, haben wir noch Themen, Karaman-Verlängerung, das zieht sich auch irgendwie so ein Stück weit. Ja, leider. Glaubst du, der verlängert noch, oder er hatte Angebote aus Russland irgendwie, drei Millionen aus Lokomotive Moskau, aber der wollte irgendwie nicht nach Russland gehen, habe ich vom Berater gelesen, die haben da wohl schon verhandelt gehabt, ja, also, vom Beraterseite aus wurde da irgendwie geäußert, dass das wohl keine Optionenstand jetzt wäre, und das eher kalt ist, aber ich glaube leider trotzdem, dass Karaman eher nicht verlängern wird, primär deswegen, weil er halt in seiner Karriere bisher immer ablösefrei gewechselt ist, kann man nicht vorstellen, dass er jetzt wirklich sagen wird, okay, das ist jetzt der letzte Verein, bei dem ich weiterhin spielen möchte, weil das wäre de facto der letzte große Vertrag seiner Karriere, ansonsten ist er dann 34, 35, und kriegt dann vielleicht nochmal irgendwo ein, zwei Jahre, weiß ich nicht, in Saudi-Arabien vielleicht, für dann nochmal eine, für seine Verhältnisse höhere Summe, aber ich denke, dass da entweder er ablösefrei nächstes Jahr gehen wird, oder wir vielleicht doch nochmal eine Summe für ihn bekommen, und er dann doch leider gehen wird, einfach, einfach nur eine Gefühlssache, also von der Beraterseite aus, wird halt immer wieder Sätze gesagt, die einfach in diese Richtung abziehen, dass man sich da jetzt nicht so sicher ist, dass man im Aufsteiger bleibt, auch ein Karaman möchte da keine klare Äußerung treffen, und ich finde, du merkst einfach so ein bisschen unterschwellig, dass da auf jeden Fall weiterhin Thema bleibt, dass man gehen könnte, aber Karaman auch kein Problem damit hätte, jetzt noch ein Jahr zu bleiben. Ob da der Vertrag vielleicht trotzdem noch verlängert wird, kann passieren, aber ich habe von Tag zu Tag immer ein schlechteres Gefühl, sonst wäre man da bei den Vertragsverlängerungsangeboten, vielleicht zumindest mal ein bisschen aufeinander zugegangen, und hätte gesagt, wir stellen uns das und das vor, und nicht einfach immer nur abgelehnt. Ja, ne, also, ich meine, der hat eine super Saison gespielt, der weiß, was der bei uns hat, ne, Fans lieben den, der ist Leistungsträger, ich kann mir vorstellen, wenn er verlängert wird, wird er auch Kapitän werden, und er wird quasi der Schlüsselspieler werden bei uns, ich glaube, da hätte man das Ding schon früher irgendwie hinkriegen können, oder schon hinkriegen, hinkriegen können, kann aber auch sein, dass das jetzt gerade so die Fahrt, dass der vielleicht den Transfermarkt abwarten will, weil es kann ja immer sein, dass auf einmal ein Verein Karamann haben will, dann eben super Vertragsangebot, ja, anbietet, und dann sagt er, okay, da lohnt es sich zu wechseln, müsste man mal abwarten, ich glaube, vielleicht so am Ende, also zum Schluss, also zum Transferstoß, könnte nochmal eine Möglichkeit sein, für eine Verlängerung, ich weiß nicht, wie findest du es, den ablösefrei im nächsten Jahr zu verlieren? Ja, grundlegend schlecht natürlich, also du brauchst ja einfach Ablösesummen, die du generierst, aber es ist natürlich der Spieler, der dir in der letzten Saison die meiste Qualität gegeben hat, die meisten Scorer auch garantiert hat irgendwo, und wenn du jetzt in der Saison gehst mit Karamann, dann kannst du eigentlich auch davon ausgehen, dass wenn jetzt keine größere Verletzung kommt, zumindest mal 15 Scorer eigentlich wieder mit dabei sein sollten, weil er einfach zu gut war für die zweite Liga, und ich glaube, dass er es auch weiterhin bestätigen könnte, und deswegen ist es auf jeden Fall der Spieler, wo du es am ehesten verschmerzen könntest, dass das ja immer ablösefrei geht, weil Karamann dann glaube ich 31 wäre, wenn ich mich nicht irre, das ist zumindest jetzt kein Alter, wo du sagst, okay, da verlierst du jetzt einen Spieler, wie zum Beispiel damals Goretzka, der wirklich für Höheres bestimmt war, und dann einfach ablösefrei zu Bayern geht, sondern es wäre halt wirklich ein 31-Jähriger, der dir natürlich eine gewisse Qualität gerne weiterhin geben könnte, aber es ist auch aus dem Aspekt einfach nochmal verschmerzbarer, weil du ihn auch selber ablösefrei bekommen hast damals, es wäre okay, aber es ist natürlich trotzdem bitter, wenn du jetzt zwei Millionen für ihn bekommen würdest, und ihn dann eben behalten musst, um sicher zu sein, dass du vielleicht jetzt nicht gegen den Abstieg spielst, deswegen ist es eine Abwägungsfrage einfach. Ja, weil ich glaube, guck mal, auf der einen Seite, der ist schon ein älterer Spieler, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal ein richtig gutes Jahr haben, wenn er nicht verletzt ist, und dann muss man halt schon schauen, ob der das Level hält, oder ob der vielleicht dann immer mal wieder abbaut, das heißt, wenn du den Vertrag verlängerst, heißt es nicht garantiert, wenn du ihm jetzt drei oder vier Jahre gibst, dass er in den letzten zwei Jahren von dem Vertrag gleich performt, wie letztes Jahr, oder vielleicht dieses Jahr, und auch dieses Jahr, dass er das nochmal so abruft, muss er auch erstmal zeigen, wobei ich sage, dass das schon realistisch ist, auch anzunehmen, so, und dann ist halt die Frage, was bieten dir denn auch die Vereine, was wirst du denn für den King, zwei Millionen, 1,5 Millionen, kriegst du da einen Ersatz, der diese Leistung bringt für das eine Jahr, wird sehr, sehr schwierig, ich glaube eher nicht, das ist schon so, wie du gesagt hast, das ist ein Spieler, der zu gut ist für die zweite Liga. Also ich glaube, du hast sogar mit einem Söller zum Beispiel schon in die Schiene, bist du so ein bisschen reingegangen, der das vielleicht ersetzen kann, aber auch das ist halt eben wieder ein Risiko. Du weißt es nicht, ne? Genau, er hatte diese Scorer in der Ligue 2, hat er dir die gegeben, mit auch ungefähr denselben Scorer-Anzahlen wie ein Karamann bei uns, aber es kann halt, wie du gerade gesagt hast, wieder eine unkonstante Saison von ihm werden, und dann kriegt er vielleicht auch, sich nicht so richtig enttritt, macht am Ende vielleicht vier Tore, drei Vorlagen, was jetzt auch nicht katastrophal wäre, aber für deinen Top-Einkauf, erwartest du dir dann natürlich trotzdem mehr. Ja, absolut. Und deswegen ist Karamann abzugeben natürlich ein extremes Risiko, und ich bin da voll bei dir, da musst du dir halt selber, wenn er nicht verlängern will, eine gewisse Schmerzgrenze setzen, wo du sagst, okay, hier ab dem Punkt müssen wir dann einfach leider darauf verzichten, und dann schauen, dass wir irgendwie einen Ersatz für dich finden, und ich glaube nämlich persönlich, unter zwei Millionen würde ich ihn auf keinen Fall abgeben, dann würde ich lieber sagen, okay, wir nehmen ihn noch einmal dieses Jahr mit, ablösefrei gekommen, geht halt leider wieder ablösefrei, ist dann 31, kann man verschmerzen, aber ich glaube so, wenn dann ein Verein kommt, der dir irgendwie drei Millionen für Karamann gibt, dann musst du da wahrscheinlich trotzdem sagen, drei Millionen helfen dir als Verein aktuell so viel weiter, dass du dann leider auf deinen Leistungskräger verzichten müsstest, glaube ich. Weil ich weiß nur ganz genau, jetzt zum Thema Silla, wie wir über Schallenberg geredet haben, so, der ist der beste Sechser der Zweinliga mit Abstand, was für ein Königstransfer und so, hat am Ende auch zugelegt, aber hat nicht die Erwartung erfüllt, die wir zum Transfer an ihn hatten, so. Wir dachten, es wird er auf die Sechser, ja. Genau so, und das ist halt dann auch die Frage, so, ob du dann einen gleichwertigen Spieler für einen Karamann kriegst, ähm, ja, ich bin ganz ehrlich, wenn es eine hohe Summe ist, so drei Millionen auf jeden Fall, wenn es drunter ist, muss man wirklich abwägen, weil, sagen wir mal, wir haben jetzt echt ein geiles Team, ohne Karamann, was so wirklich oben mitspielt, ne, so, sag ich mal, bis Platz sechs. Stell dir mal vor, du hast dann nochmal einen Karamann und der kriegt dich in die Relegation oder auf Platz zwei rein, so. So, und dann bist du auf einmal aufgestiegen, was sind dann zwei Millionen, die du dann eingenommen hast, äh, für einen Spieler, der vielleicht nicht so funktioniert hätte oder wo du dann nicht aufgestiegen wärst. Genau, das ist halt wirklich das ganz große Problem, weil einerseits würden wir das, glaube ich, auch sagen, wenn wir im Abstiegskampf wären, würde man halt sagen, ja, mit Karamann hätten wir kein Problem im Abstiegskampf gehabt. Ähm, wenn wir halt oben mitspielen, wie du gerade gesagt hast, mit Karamann wären wir vielleicht aufgestiegen, so. Das ist halt wirklich einer dieser großen Punkte, der dann halt im nächsten Jahr dann auch dafür sorgen kann, dass dann wieder kleinere Unruhen entstehen, weil halt dann gesagt wird, warum hat man Karamann nicht mitgenommen, vielleicht würde es jetzt viel besser aussehen, aber das weiß man halt vielleicht auch nicht. Es kann passieren, dass Karamann im nächsten Jahr sich verletzt, genauso wie Nita Kura sich bei Gladbach verletzt hat und dann halt am Ende nicht zur Verfügung steht. Es kann sein, dass er einfach abbaut, vielleicht physisch nicht mehr so stark ist. Man weiß es nicht, es kann immer viel passieren im Fußball und deswegen musst du halt einfach als Schalke vor allem mit so vielen Schulden aktuell sagen, okay, das Schmerzgänze solltest du dir setzen, wenn eben er nicht verlängern möchte. Für mich wären die bei drei Millionen, aber man muss halt schauen. Ich habe halt wirklich Angst, dass man am Ende vielleicht sagt, okay, er verlängert nicht, wir geben ihn für anderthalb Millionen ab, weil das wäre dann, finde ich, wirklich ein Fehler. Dann würdest du lieber sagen, wir nehmen ihn dieses Jahr nochmal mit, finde ich. Ja, bin ich bei dir. Ich würde sagen, Themen sind auch soweit durch. Genau, das war es von heute. Auf jeden Fall folgt rein auf YouTube oder im Podcast Player und die Bewertung, die hatten wir heute wieder vergessen, am Anfang zu setzen. Gerne eine Bewertung da lassen, da freuen wir uns immer sehr. Und ja, dann sind wir nächste Woche, Montag wieder für euch am Start, wenn alles glatt läuft. Und genau. Genau, bis dahin. Schöne Woche. Schöne Woche. Start in die Woche. Bis dann. Ciao. Glück auf.